Der Schneemann Das Kind Dirk baut sich mit viel Mühe einen Schneemann. Nachbar, genau, kommt nach Hause, sieht den Schneemann und haut ihn um. Als Dirk nach Hause kommt, findet er den Schneemann zerstört vor. Wer war das? Währenddessen schaut Vater Olaf aus dem Fenster und sieht Dirk weinen. Kurz darauf kommt Nachbar, genau, er will den Schneemann wieder zerstören. Genau, merkt nicht, dass der Schneemann nicht umfällt. Olaf haut, genau, eins mit dem Besen über den Latz. Genau, schreit. Zu Hilfe! Hilfe! Adam, Aris, Vincent Musik Untertitelung des ZDF, 2020